Jetzt geht's los. Ja. Ach, jetzt zieh ich die Jacke aus. Jetzt ist es vorbei. Sind sie am Winterjackenoutfit oder was? Ja, so eine Down-Jacke, weißt du? Nee, 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 nee. Ich hab eine Sweatshirt-Jacke an. War ein bisschen frisch heute. Aber jetzt halt... Ich hab hier wieder hier nicht meine Weekly... Ah, doch, MVP-Weekly hab ich fertig. Oh. SMG-Kills, Rifle... Rifle-Kills hab ich. Ich hab ja alle meine Kills vorhin nur mit dem Gewehr gemacht, irgendwie. GSG-9 und 7-07, was ich noch... MP-Kills auch. Doki und Vision immer wieder spielen und IQ und... Ah, Bandit, eine Verteidigung vielleicht mal spielen. Ist gar nicht so verkehrt. Hm. Theme-Park. Yikes. Ui, ui, ui. Boah, ist aber nicht so verkehrt. Ich glaub, ich fahr ein bisschen Karussell. Error 404, ja, sehr schön. Das kann jetzt wieder ganz gewaltig nach hinten losgehen. Jetzt haben wir da irgendwelche random Loots dabei. Der Error 404, nicht 404. Ah, jetzt kackt ich ein. Jetzt hätte er entweder zwei Unterstriche nehmen müssen, oder... ...susammenschreiben. So, hat es eindeutig semantisch getrennt. Das ist Version 4 vom Error 40. Ist doch ganz klar. Alter, hast du da wirklich Schmerzen, oder so? Jetzt locke ich mich aus. Das hat keinen Zweck mehr hier. Jetzt mach ich da... Voll, war das richtig zurück? Ja. Spaß. Tschüss. 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 Ciao. Er lockt sich aus. Ja. Alte Schule. Das Modum wird zu heiß. Braucht immer mal eine Pause. Oh, in den Trains lief einer rum. Die sind, glaube ich, oben im Office, oder? Ja. Äh, nee. Nee, im Office sind sie zu denen. Nee, dann Daycare. Beim Banker, vor Banker. Daycare müsste es sein. Die machen Daycare, die Wand zu Trains. Ja, das ist Daycare. Hab's. Ja, genau. Jetzt fang mich noch, du Blödmann. Und Witsch, ne noch. Äh. Die hat noch ne Ella. Ich möchte das nicht. Ahahaha. Was? Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter. Okay. Okay. Schon weg. Okay, lange drauf schießen. Ich witsch hier echt eine Ladung vergeudet, um diese Kamera hier draußen wegzuholen, weil das ja auch die wichtigste Kamera der Welt ist. Größte Gefahr von allen ist. Oh Gott, da ist oben einer im... Unten ist einer rausgepimmelt am Haupteingang. Der hat mich beim Reinschwingen noch in der letzten Sekunde erwischt. So klar. Keiner war im Objective. Gleich eine Frost. Schau, wenn man das Window reinkommt. Links. Was reinkommt, kein Problem. Wir sind überall Gegner. Was? Ich hab drauf geschossen. Wo? Äh, rechts. Auf dem Vorbau. Und wenn du rein sprichst, da rechts ist er... Oh, was ist denn alles? Was? Einer ist an der Tür zu Trains gewesen gerade. Der kam sich jetzt ja geil vor. So, immer noch am Ping. Sehr schön. Wenn es die Kameras hacken. Hört mir gerade ein. Ist ein Leiche bei dir liegen. Okay, einer ist im Objective. Bended ist im Objective. Die Wand rechts war auf, hast du gesehen? Tür zu Trains ist einer. Und einer ist im Objective. Und einer ist im Objective. Und der andere ist Trains. Am Ping jetzt. Läuft in den Südraum. Einer vom eigenen Druck verbreitet. Miracle. Sein. Ah. Im Südraum hinten drin irgendwo. Wow. Da ist es halt komplett. Er seht mich sogar noch. Nein. Die Underkey. Sie sind halt realistische Winkel in dem Spiel. Mhm. Uh, Dining. Ist ja gar nicht mal verkehrt. Das 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 ist ja gar nicht mal verkehrt. Den Raum zerbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Störsende einsatzbereit. Störsende wird aktiviert. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Störsende ist aktiviert. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. So, ist der Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis? Alter, der macht die Türen nicht zu, die Fenster und die Wände nicht zu. Das Gerät ist vorbereitet. Dach im Blei wird ausgelegt. Jetzt zerstört er sein. Gerät ist platziert. Das Gerät ist in Position. Äh. Der Mute hat gerade zwei Mute-Geräte neben ein Drohnenloch gestellt. Und keine der hinteren Wände ist verstärkt. Von ihm. Zu Execution hin, die Wände, oder? Ja. Das Gerät ist ein Maverick. Das Gerät ist ein Maverick. Das Gerät ist ein Maverick. Und dann ist die Maverick. Der Execution, ist die Wand auf. Ein Operator des eigenen Trupps verbreitet. Oh. Nein! Nein! Sag mal! Ja. Einer links und einer rechts hinten. Scheiße. Da waren beide Wachen leer. Ey, der Mute, das ist so eine Scheiße. Na gut, das hat uns in der Hunde nichts gebracht, aber... Da hätte ich jetzt eine richtige Waffe gebraucht mit ein bisschen mehr Schuss. Da waren die zwei Schuss ein bisschen wenig bei drei Leuten. Ich weiß auch nicht, ey. Ich hätte Granate werfen sollen, da hab ich gar nicht dran gedacht eben. Verdammt. Na gut, habst du das denn gekillt. In Drugs sind sie nicht. Ich hör sie aber, hier in Drugs sind sie drüber wie der DK, oder? Ja, ist der wie der DK. Ja, ist der wie der DK. Natürlich. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde lokalisiert. Wollen wir uns mal gucken, ob wir übers Fenster reinkommen, wie immer? Badezimmer? Süden. Hm. Ja. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Das hab ich vorher noch versucht und dann kam gerade, als ich fast reingeschwungen war, unten einer raus und holt mich noch beim Schwingen weg, ey. Ich war ein bisschen undankbar. Wechsler-Magazine! Okay. Ich... Badezimmer ist keiner. Die haben die Wandzimmer-Objektive auf, sogar. Im Badezimmer hiervon ist keiner? Nein. Jetzt einer an der Tür. An der Tür aus dem Badezimmer raus. Ah, das ist doch nicht zu passen. Ella ist noch drin in dem Raum. Nein! Ah, in dem ich wirklich nachladen muss, ey. Scheiße. Der Riva steht da nur rum. Mal gemeldet. Kicken kann man da nicht mehr. Jetzt bewegt er sich. Sieh... ... Kicken. eine ecodrohne sind trains er hat auch immer genau das was ich aber als ob er jetzt da ein prisma hingestellt hat es bleiben noch 15 sekunden mit sicherung des behälters fortfahren sobald die bedrohung neutralisiert tja das lief dieses match davor ein bisschen besser war der riva typ also yokai das ist so durch ja